Die Neonazis Bei uns brennen sie nicht, die Asylantenheime. Bei uns gibt es keinen Bandenkrieg zwischen Ausländerorganisationen der organisierten Kriminalität. Politische Talent Österreichs, wie Bruno Kreisky das einmal gesagt hat. Auch die Stafette übergeben an die Susanne. Ich übergebe sie. Susanne, komm. Ich übergebe dir zu treuen Handen die FPÖ. Wir haben sozusagen jetzt die Pflicht gemacht. Das war die demokratische Revolution in Österreich. Jetzt kommt die Kür. Eine menschliche Regierung für Österreich. Alles Gute. Applaus If she said it's still Haider Party and I say it's still the Freedom Party, that means we are together on the common platform of the common program and represent the same ideas and the same political willingness. You accept what she says. I accept all what she says. I accept all of the common but the Dad Поfie. Applaus Applaus vielmeid передlich. Dann ist für den Gaben der Hollandsteuerung jetzt mal wie. Ausländerbreiten, 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 Ausländerbreiten. Morgen. Meine Freunde sind überall da. Der eine ist, dass ich es nicht haben möchte, dass die neue freiheitliche Regierungsmannschaft unter dem Eindruck arbeiten muss, in Kärnten sitzt ein Schattenkanzler, der ihnen alles vorschreibt, was sie zu tun haben. Ich möchte damit auch ein Signal setzen, dass es sich hier um eine autonome, eigenständige, freiheitliche Politik in der Bundesregierung handelt und die nicht darauf angewiesen sind, an der kurzen Leine von mir tätig zu werden. Vielen Dank.